Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Daniel Fischer hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Autobahn-Gag. Ja, da kommt er wieder früh. Hab ich auch gesagt. Aber ich glaube, ich hab einen. Pass mal auf. Meine Fahrweise in der Rush-Hour auf der A66 wechselt ja ständig zwischen angepasst und angepisst. Boah, der ist ja mal richtig gut. Aber ich hätte auch noch was im Angebot, Dirk. Dann lass hören. Bei welchem Schild darf man auch auf der Autobahn wenden? Sag mal, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Bei dem Schild, herzlich willkommen in Sachsen. Finde ich gut. Aber ich glaube, jetzt hab ich's. Was ich mich ja immer frage, warum gibt's eigentlich keine Autobahn-Raststätten mit Tierheimen? Daran gäbe's doch nichts auszusetzen. Verstehst du? Ja, 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 ja. Also keine Tiere an so einer Raststätte. Die nehmen wir. Ja, dann machen wir Schluss mit lustig. Genau. Händlich feierabend.